Was ist das Problem, das man hier sehen muss, ist die systemische Situation, in der wir uns befinden? Der Mensch kommt aus einer Evolution über vier Millionen Jahre. Das war eine Kleingruppenevolution und die war bestimmt durch die Enge lokaler Verhältnisse. Der Mensch hatte es sehr schwer zu überleben. Wir sind deshalb ein System mit einem gigantischen Antrieb, aber auch ein System ohne Bremse. Wir brauchten keine Bremse. Für uns war immer die Natur die Bremse. Und das bis in jüngste Zeit. In der Bibel, das ist ja mal gerade 2000 Jahre her, da steht, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot verdienen. Wir hatten in Deutschland noch im 17. Jahrhundert regelmäßig Hungersnöte, sowohl in Oberbayern wie auf der Schwäbischen Alb, wie im Schwarzwald, aber durchaus auch in Ostfriesland, regelmäßige Hungersnöte. Das heißt, wir kommen aus einer Erfahrung und einer Evolution der kleinräumigen Begrenztheit. Und die Realität war immer die Grenze, mit der wir klarkommen mussten. Und unser Sensorium, unsere primären Reaktionen, die sind eben bestimmt durch die Bedrohungen, denen wir ausgesetzt waren. Und unsere Vorfahren, noch vor 10.000 Jahren, die mussten sich mit einem Höhlenbären, die mussten sich mit einem Säbelzahntiger, die mussten sich mit einem Jaguar auseinandersetzen. Und das war oft tödlich. Und in der Frage der Kontrolle des Gehirns hat die Evolution deshalb eine primäre Reaktion eingebaut, die bei offensichtlichen Signalen aus der Umwelt, die kompatibel sind mit unserer Evolutionserfahrung, sofort unser Gehirn dominieren und sofort Aktion herbeiführen. Und dann kriegen wir Adrialinstöße und dann bewegen wir uns, weil das eine Frage von Leben und Tod ist. Und das in uns hardwaremäßig verankert ist, dass das eine Frage von Leben und Tod ist. Nun, über die letzten paar tausend Jahre und bevorzugt über die letzten 200 Jahre und noch mehr über die letzten 50 Jahre hat unsere Wissensexplosion uns ermöglicht, mit unserer Intelligenz praktisch alle Limitationen der Realität zu beseitigen. Nun, jetzt sind wir ein unglaublich expansives System, dem die Bremse fehlt, weil die Bremse war von außen. Und eine gesellschaftliche Bremse im Sinne von Governance haben wir uns bisher nicht gesetzt. Und es ist auch nicht so einfach, sich die zu setzen. Und die Bedrohungen, die daraus resultieren, dass wir jetzt nicht mehr die Bremse haben, was ja nebenbei gesagt zunächst mal subjektiv ein sehr anhinnehmer Zustand ist, denn wir haben ja dauernd gegen die Bremsenatur angelaufen, weil es kein angenehmer Zustand war. Also jetzt haben wir dank unserer Intelligenz den angenehmen Zustand keine Bremse zu haben, aus Individualsicht. Und das bringt uns jetzt als Kollektiv um. Und jetzt sollen wir mit unserem Gehirn verstehen, dass das, was wir als so angenehm empfinden, für uns als Kollektiv die Bedrohung ist. Und selbst wenn wir begriffen haben, dass es die Bedrohung ist, dann müssten wir uns ja untereinander noch einigen, was jetzt wer zu tun hat, damit wir insgesamt die Bedrohung bewältigen. Aber dann können wir uns nicht gut einigen zwischen den Staaten der Welt, was denn jetzt wer zu tun hat, weil jeder aus seiner Sicht argumentieren kann, dass er, der andere, etwas tun muss. Und solange die Staaten sich aber nicht geeinigt haben, kann das Individuum nur sehr wenig tun. Und das Wenige, was es tun kann, hilft unter Umständen nur denen, die nichts tun, noch mehr von dem Falschen zu tun. Das ist, was man ein Gefangenen-Dilemma nennt. Das heißt, wir stehen vor der Herausforderung, globale, systemische Konstrukte zu etablieren, aus einer Einsicht in die Bedrohung für die Menschheit als Ganzes und in die spieltheoretische Einsicht zwischen den Staaten, wie denn nun der Kompromiss aussehen könnte, in dem wir alle einwilligen, damit wir uns insgesamt vor diesen Bedrohungen retten. Und das ist sozusagen eine doppelte intellektuelle Komplexität, die in beiden Fällen sehr weit weg ist vom Handeln des Einzelnen. Aber unser Andrialin-Stoß, der will sofort handeln, weil darauf ist er seit vier Millionen Jahren getrimmt. Das heißt, unsere biologischen Systeme passen nicht zu den Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und das macht die Sache so schwierig. Die Technik liefert uns die Chance einer Vermehrung des Wohlstands mit weniger Ressourcen. Allgemein nennt man das die Erhöhung der Ökoeffizienz oder die Dematerialisierung aller Prozesse. Das wird in der Literatur diskutiert unter Faktor 4, Faktor 10. Die weitestgehende Hoffnung ist, über die nächsten 60, 70 Jahre die Wertschöpfungsprozesse im Mittel, um den Faktor 10 zu dematerialisieren und möglicherweise, wenn man es richtig macht, parallel dazu den Gesamtweltwohlstand auch noch einmal zu verzehnfachen, wobei das dann aber im Verhältnis zu heute ein massiv dematerialisierter Wohlstand wäre. Nun haben viele Leute Schwierigkeiten, sich vorzustellen, was das bedeutet, ein dematerialisierter Wohlstand. Wenn man an die ersten Mobiltelefone denkt, dann waren das Kisten mit einem Gewicht von 10 Kilo. Ganz teure, aufwendige Kisten, höchst exklusiv, sehr kompliziert. Heute haben wir Mobiltelefone für jeden. Wir haben auf diesem Globus mittlerweile 4 Milliarden Menschen mit Mobiltelefon, obwohl nur eine Milliarde Menschen eine Kontoverbindung hat. Selbst unter den Menschen mit weniger als 2 Dollar pro Tag gibt es jetzt Menschen mit Mobiltelefon. Und das verändert die Situation dramatisch. Man sieht allerdings an diesen Hunderten von Millionen Mobiltelefonen auch, dass es den Boomerang-Effekt gibt. Und der Boomerang-Effekt bedeutet, dass wir häufig mehr Ressourcen verbrauchen mit einer Technik, die weniger Ressourcen verbraucht. Und zwar deshalb, weil wir unsere Aktivitäten ausdehnen. Weil wir das ständig übersetzen in mehr Aktivitäten von noch mehr Menschen. Und dann sind wir immer mehr Menschen auf einem immer höheren Niveau. Und dann hilft uns der technische Fortschritt eigentlich nicht, weil wir nämlich nicht über Governance die Grenzen durchsetzen, die bewirken würden, dass wir innerhalb der Grenzen mit technischem Fortschritt besser da stehen als vorher. Nein, wir übersetzen technischen Fortschritt in mehr Aktivität und stehen dann sogar eher schlechter da. In der Situation, in der wir nun heute sind und mitkalkulieren, dass es 9 Milliarden Menschen im Jahr 2050 bitte besser gehen sollte als heute den 6 Milliarden Armen, können wir ohne ein massives Wachstum diese Erwartungen nicht erfüllen. Also brauchen wir Wachstum. Aber wir brauchen ein grünes, ein dematerialisiertes Wachstum und wir müssen die Grenzen durchsetzen. Der Gründer des Öko-Instituts in Südtirol, Gruber, hat einmal gesagt, die Akzeptanz von Grenzen, das ist die leidenschaftliche Bejahung des Lebens. Also die Grenzen haben eine zentrale Bedeutung. Die Grenzen, die macht man nicht, weil es schön ist, nicht weil man sich ethisch was zumuten will, sondern wir reden über Grenzen, die objektiv gesetzt sind durch das, was die Natur aushält, was die Ressourcen ermöglichen und was die Würde des anderen Menschen uns allen an Freiheitsbeschränkungen auferlegt. Freiheit ist ein wunderbares Prinzip, aber die Freiheit findet immer die Grenze in der Freiheit und der Würde des anderen. Und wenn wir das alles durchdenken, dann haben wir also Grenzen, die von der Umwelt und den Ressourcen kommen und dann haben wir Grenzen, die von der Würde und der Freiheit des anderen kommen. Und in dem verbliebenen Spielraum, da können wir die technische Entwicklung nutzen, um das, was wir aus den Möglichkeiten machen, zu potenzieren. Und da ist die Hoffnung, dass uns ein Faktor 10 gelingt und wenn uns der Gelänge und wenn wir das Ganze über asymmetrische Wachstumsraten in eine globale Balance überführen, dann haben wir etwa 2050 die Situation, wo die Weltbevölkerung anfängt zu sinken. Denn alle Populationen, die auf einem hohen Wohlstandsniveau balanciert sind, haben geringe Reproduktionsraten. Und die Chance ist, dass wir von 10 Milliarden Menschen dann runterschmilzen auf weniger. Und das kann uns in einen Zustand bringen, der mit Nachhaltigkeit kompatibel ist, ein Zustand, der für beliebig viele zukünftige Generationen durchhaltbar ist. und ein Zustand, der dann die Innovation nicht mehr braucht und in dem wir endlich alle Prozesse wieder verlangsamen können. Aber die Herausforderung, vor der wir stehen, ist im Grunde genommen der Ritt auf dem Tiger, der Tanz auf dem Vulkan. Wir müssen eine eigentlich kaum mehr erträgliche Situation sogar noch einmal steigern, um in dieser Steigerung den Ausstiegspfad zu finden. Das ist so, wie wenn jemand hochverschuldet ist, wie wir jetzt mit unseren Staaten. Wir können aus der Verschuldung nicht raus ohne Wachstum. Aber wir wissen gleichzeitig, dass das eigentlich alles das Falsche ist, auf Dauer. Und jetzt müssen wir den Ritt auf den Tiger machen, nämlich ein Wachstum, in das aber schon der Pfad des Ausstiegs angelegt ist. Wir müssen also, indem wir noch einmal steigern, was wir eigentlich gar nicht hätten tun sollten, den Plan realisieren, da rauszukommen. Wie ein Junkie, der das überzogen hat. Aber jetzt die Kraft entwickelt, rauszukommen. Aber die Kraft, die bedeutet auch, dass er nicht von heute auf morgen alles ändern kann, weil dann kollabieren seine Systeme. Er muss die Systeme mit Intelligenz steuern, durchaus auch noch im Zuwachs. Aber der Zuwachs ist schon die Kurve, die ab einem bestimmten Punkt dann das Absinken bringt. Und das Absinken heißt, weniger Menschen und deutlich mehr Langsamkeit. Die Prozesse müssen verlangsamt werden, weil wir das Tempo weder aushalten noch beherrschen. Wir hatten ja plötzlich die Situation, dass ein Unternehmen wie Porsche in einem Jahr aus Finanzanlagen mehr Gewinn machte, als sie realökonomisch mit ihren Automobilen Umsatz macht. Also in Wirklichkeit war dann sozusagen Porsche ein Finanzmarktakteur, höchster Güte. Das heißt, auch in diesem Sinne hat man ja an dem Prozess profitiert. Und wenn ich jetzt auf die Family Office Seite gehe, solange wir nicht die Krise hatten, waren natürlich die Geldvolumina der Family Office Seite Volumina, die partizipierten an den vergleichsweise hohen Renditen. Und die Stiftungen, alle Stiftungen haben daran auch profitiert. Familienstiftungen genauso wie Wohltätigstiftungen. Durch die Krise hat sich das alles geändert und am Ende der Krise wurde dann eben deutlich, dass in diesem Prozess durchaus eine Asymmetrie besteht, sobald ich in Richtung Kollaps komme, weil dann ist die Frage, wer ist liquide, wer nicht und wer hat sozusagen Eigentum, haftungsrechtlich herangezogen werden kann und wer hat das nicht. Und an dieser Stelle wurde dann deutlich, dass diese Prozesse doch zum Teil auch sehr stark zu Lasten der Familienunternehmen und des Mittelstands laufen und das gilt auch für alle Dinge, die mit Besteuerung zu tun haben. Das heißt, der Mittelstand beginnt jetzt zu erahnen, dass er nicht immer automatisch der Gewinner dieser Prozesse ist, er ist jetzt oft auch Verlierer. Früher waren er die Arbeitnehmer und die schlecht ausgebildeten die Verlierer. Aber mittlerweile sind die Verlierer da, wo viel zu holen ist, weil nämlich bei den anderen auch nicht mehr viel zu holen ist. Das heißt, wenn man den Normalbürger genügend geplündert hat, verlagert sich die Plünderung immer mehr in die Mitte und in die gehobene Mitte und zum Schluss plündert ganz reich weniger reich. Und das sind die Prozesse, in denen wir jetzt drin sind und an dieser Stelle wird es für das Bürgertum absolut wichtig und ist den meisten auch bewusst, dass man sich wehrt gegen die Spitzenplünderer, die das gerade nur deshalb tun können, weil für sie die Regularien nicht gelten, die für jeden Mittelständler und jeden guten Kaufmann selbstverständlich sind. Und damit verändern sich die Koalitionsstrukturen. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo gerade der leistungsfähige Mittelständler, der ein überzeugter Vertreter der Marktwirtschaft ist, so wie ich auch, unter Beachtung unterschiedlichste ethische Anliegen, die ihn bewegen, zum Beispiel als ehrlichen Kaufmann oder von der christlichen Soziallehre oder wegen einer Orientierung an Langfristfragen und zukünftigen Generationen, wo der anfängt zu überlegen, so wie das bisher global läuft, kann das nicht weiterlaufen. Was wir da in der Finanzkrise gesehen haben an Plünderung und Zerstörung, was wir jetzt in der Folge zu verkraften haben mit unseren Firmen, mit unseren Family Offices, aber auch der Staat, und wenn wir dann auf einer ähnlichen Ebene die Umweltsituation sehen, die Klimasituation, die Ressourcensituation, wenn wir plötzlich sehen, wie die Ressourcenpreise hochschießen und die Ärmsten ihr Brot nicht mehr kaufen können, dann stellen wir einfach fest, hier stimmt etwas fundamental nicht und das ist die globale Ordnungspolitik, das ist die Frage der Global Governance. Untertitelung des ZDF,